Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der Playstation 4 und ich werde mich heute mal einnebeln mit Pfefferspray und zwar mit dem Protec Pfefferspray Antidog. 3% dieses besonderen Wirkstoffes, äh, Kaps... Kapp, 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 wie heißt dieser Stoff? Kapsizum oder irgendwas. Auf jeden Fall dieses Chili bla 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 extra und ein Amazon-Kund, der hat gesagt, dass dieses, das 3% Kappizum, wegen was dieser komischen Wirkstoffe im Pfefferspray zu wenig sei und dass die anderen Pfeffersprays alle 10% haben. Nun ja, jetzt muss ich dir gleich mal zeigen, wie das Zeug ernt. Das war's für heute. Ey! Ja! 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 Pass auf, Ben! Das Video!